Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter, ein neuer Planet in Modul 27, Planet Bytunov. Ja, okay. Ork-Ausrüstung sammeln und eine heldenhafte ist hier. Hm. Äh, ja, okay. Ich, äh, traue mich mal dem Leuchtefahrt zu folgen. Sieht sehr heiß aus hier. So heiß wie ein Vulkan. Uiuiui, da steht überall Gegner rum. Das ist, äh, ja. Aber nicht so schlimm wie die Kurotoras, die mich sofort angreifen und umrennen und so. Äh, kriegt man auch schon was? Ihr seht aus wie Orks. Da ist Ork-Ausrüstung. Es liegt irgendwo rum. Ah, ja, okay. Wenn man eine Mission zum ersten Mal macht, weiß man ja nicht mal, wonach man sucht. Ich muss Ork-Ausrüstung sammeln. Äh, habt ihr Ork-Ausrüstung? Muss ich hier? Ja, muss ich was sammeln. Okay, die fallen einigermaßen gut um. Au. 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 Hab irgendwie Blutungsschaden. Ah, Blutungsschaden. Immer auf. Okay. Okay. So. Äh. Habt ihr Ork-Ausrüstung? Nee, irgendwie nicht, oder? Verdammt. Hab ich euch umsonst, äh, umgebracht. Das ist, äh, uncool. Hm. 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 Hier liegen überall tote Orks rum. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Also so. Das sind alles Orks, aber irgendwie... Ja, ist ja gut. Keine Ausrüstung. Ach doch, da liegt welche. Hab ich gesehen jetzt. Da britzelt es irgendwo. Irgendwo hab ich gesehen. Da. Oh Gott, so kleiner Boden. Echt jetzt. Flup. Hihihi. Erst trinken lassen, dann umbringen. Hihihi. Hm. War hier auch so was ganz kleines irgendwo? Nee. Hier ist nix. Verdammt. Die fallen leichter um als die anderen so rum, muss ich immer so sagen. Ork-Waffen. Hm. Hier sehe ich jetzt wieder keine Ork-Waffen. Wenn ihr was britzeln seht, dann sagt mal... Ah, hallo. Hat er mich angesprungen? Dann sagt mal Bescheid. Brüllt mal einfach euren Fernseher an. Vielleicht hilft das ja. Was ist hier so los? Guten Tag. Habt ihr Ork-Waffen? 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 Au. Okay. Ich hab auch wirklich zu viele getriggert, glaub ich. Scheiße. Scheiben, ohne. Okay, okay, okay. Du fällst um, du fällst um, du fällst um. Da kommen nochmal Patrouillen nach. Super. Okay. Ja, 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 okay. Aber keine Ork-Waffen. Die ganzen Hütte voll, aber... Waffen habt ihr hier nicht. Hm. Ist uncool. Äh, hier sieht's so wieder nix so waffenmäßig. Seid ihr ja völlig unbewaffnet, oder was? Ich wollte einen intellektuellen Wettstreit, aber ich sehe, ihr seid völlig unbewaffnet. Schwierig. Kleinste Stellen, die Britzeln. Hier war ich aber schon. Das ist ja alles dasselbe. Hier war ich schon. Oh, und da liegt ein Schild. Ziel erfüllt. Jetzt fliege ich mal zur Heldenhaften. Da, ich glaube, ich kriege furchtbar auf die Mütze, aber einmal gucken, kostet ja nix. Ich habe auch keine Ahnung, was man da macht. Ich bin völlig neu hier. Ihr seid live dabei. Oh, oh, oh. Okay, da kämpfen welche. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Im Zweifel, alle töten. Töten, töten, töten. Alter, was war das für ein Schlag. Du pöser Pursche, du. Hörst du auf mich zu treten? Alter. Ha, ha, ha. Okay. Ihr hier werft so vom Weiten irgendwie. Das geht gar nicht. Damit fangen wir schon mal an, weil ihr habt mich weggebritzelt. Der andere tritt mir zwar in den Bauch, aber dieses von weit wegwerfen, das killt mich. Geht gar nicht. Ich sagte, geht gar nicht. Verloren. Okay, au, au, au. Ey, sag mal. Da hüpft er von ganz hinten einfach so los. Ey, ich fasse es doch nicht. Na, weißt du, auf. Nee, ich habe gedrückt. Er hat es nicht gemacht. Keil. Du weg, du weg, du weg. Du kriegst einen ab. Du weg. Alter. Hör auf damit. Ey. Geh es mir auf den Sack hier. Furchtbar. Furchtbarer Dings. Ey. Der wirft schon wieder mit seiner Axt da. Hör auf. Hör auf damit. Da springt er weg. Oh, meine Fresse nochmal. Pff. Hä? Ähm. Verstärkung besiegen. Hm. Okay. Und wo ist die? Ich habe ein Problem. Hier ist einiges verbackt, würde ich mal so sagen. Feindliche Verstärkung besiegen. Ja, ja. Hm. 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 Doof. Ihr seid keine Verstärkung, ne? Ne. Och Mann. Da ist angearbeitet und dann kann ich ihn nicht beenden. Das ist doch doof. Fall mal um. Ja, keine Verstärkung da. Dann, ne. Macht das alles leider keinen Sinn. Dann gucke ich mal eben nach einer anderen Mission. Heldenhafte, ja. Hätte ich gern gemacht. Geht ja nicht. Die hier. Komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Nein. Remishi. Remishi. Der Remishi. Hä? Ich habe gar keinen Wege gefahrt. Ich bin jetzt ein bisschen... ...ein bisschen übergerascht. Vor allem ist Remishi komplett leer. Hm. Das ist doch komplette Verarschung hier. Sorry, aber was? Hm. Dann hau ich mal die Gegner um. Hm. All right. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann reise ich doch mal zu den Außenbezirken von Neverwinter, Samen der Zerstörung wöchentlich. Ha, die Belagerung von Neverwinter ist zurück. Saxianische Invasion, sieht aus wie die Belagerung von Neverwinter. Ja, ja, guten Tag. Kennen wir schon. Ja, ich muss hier wieder alles umhauen. Diese Sternschnuppen sind nicht natürlichen Ursprungs. Wir müssen zu der Sternschnuppe gelangen. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Au, okay. Fange ich so, alle Gitschbegattinnen. Geht's vielleicht schneller? Ich hoffe ja nur, ich sterbe nicht. Doof. Es sind keine Kurotors, also fallen sie um. Das ist schon mal gut. Ja, 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 okay. Weg, 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 alle weg. Alle weg. So, ihr auch. Du da, du da, du da. Einem Sinn, du kriegst den ab. Kann ich schon zu euch gehen. Der Rest kommt nach. Komm, Magier, der muss weg. Genau, keine rote Fläche. Und du hast ein Schild. Da geh ich mal deinen Rücken und mach piks. Hehehehe. Ui, ui. Er zuckt ein wenig. Zuck, zuck, zuck. Er ist ein Zucker. Hast du Zucker? Zack, roten Flächen ausweichen. Was geht da durch? Du kommst hierhin. Roten Flächen ausweichen. Wegbeamen ist für Feiglinge. Lauf nicht weg. Du kriegst den ab. Nein, du kriegst den nicht ab. Jetzt kriegst du ihn ab. Bam. Du nach oben drauf. Und. Bäh. Ich wollte gerade sagen. Und weg ist er. Meine Güte. Ja, kennen wir schon. Kennen wir schon. Jetzt darf ich. Also, jetzt treffe ich die Kommandanten. Das ist irgendwie cool gemacht. Das gucke ich mir auch zweimal an. Aber dann auch nicht mehr. Hallo. Ich stehe zwar direkt vor dir, aber jetzt stehe ich nicht direkt vor dir. Kann ich fliegen? Ja, danke. Guten Tag. Jo, 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 jo. Und ich bin da. Cool. Jo, jo, jo. Erledigt. Cool. Alles wiederholbar. Cool. Hallo. Ja, ja. Kommt mit. Kommt alle mit. Ich hab euch auch alle lieb. Au. Ihr fallt alle rum. Rotenflächen. Warum hab ich keine Ausdauer mehr? Verdammte Axt. So. Ihr fallt um. Ihr fallt um. Ihr fallt um. So. Chef kriegst auch nochmal was auf die Mütze. Ja. Wababababab. Rotenflächen ausweichen. Okay. Die müssen nochmal eben weg da. So. Jetzt kümmere ich mich um dich. Exklusiv. Den. 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 Du kommst noch dazu. Du. Und du erst recht. Drei im Sinn. Und zack. Und zack. Und ruckel die Schmick. Schniddel die Wack. Ausweichen. Und weg ist er. Weg ist er. Muss ich noch zu dir. Dich befreien. Und anklicken. Ja. Du bist. Ganz toll. Story. Kennen wir schon. Alles wiederholbar. Ich bin auf dem Weg. Kann ja nicht alles auf einmal. Mann. Nicht so ein Druck. Ja. Geil. Wöchentliche Aufgabe erledigt. Cool. Ich muss mal eben gucken wie weit ich überhaupt bin hier. das ähm 88 von 100. Ich kann aber auch was abgeben. Okay. Dann äh. Wah. Wah. Automatisch. Wissen. 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 Jo. Im Moment gibt es keine besonderen Vorkommnisse, die erwähnenswert sind. Doch der Wildraum schläft nie. Ja, ja. Okay. Ich gebe mal die Invasion an. Gut gemacht. Sind alle Abenteurer von Narrowinter so mächtig wie ihr? Willkommen auf der Mondhetzerin. Ich freue mich euch an Bord zu haben. 17. Ich habe noch keine Ahnung. Ich kann die Währung noch nicht so ganz. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Jetzt bin ich bei 96. Okay. Eine geben wir noch ab. Scheiß. Und hier ist eure Bezahlung. Okay. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Ha. Jetzt kriege ich die Astral-Samenranke. Cool. Klatsch. Jetzt geht es für mich nicht weiter. Durch das Vorsprungspaket hatte ich 200 Währungen. 100 habe ich jetzt gesammelt. Jetzt muss ich bis zur nächsten Woche warten, bis oben die wöchentliche Ausbeute wieder 0 ist. Dann kann ich wieder 100 in der Kampagnenwährung machen. Ja, kaufen kann ich mir gerade noch nicht so viel. Ich habe hier noch irgendwie Missionen im Remichi-Raum und Gambion-Raum. Summenjuwele. Okay. Da gibt es viel mehr, als ich momentan wirtschaften kann. Die gibt es bei der großen Invasion. Und hier gibt es wieder Missionen. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich irgendwie mir was Vernünftiges kaufen kann, glaube ich. Naja. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.